ja gröss euch Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von LS19 Tiroler RB wir machen heute in der Folge weiter und zwar da haben wir zwei kleinere Wiesen und das tun wir dann als Frischfutter einführen für die Kühe und mit dabei ist heute wieder der Daniel und ja ich würde sagen, wir wollen nicht lange rumreden und starten so Willi, gehen wir mal rein oder? ja wir arbeiten ich bleibe stumm und auf dem Boot stehen, dann kannst du ja Dings Foto machen für unser Fotoalbum oh was ganz kurz also kann man weiterbauen ja ja und was hast du so gemacht Philipp? ah gar nicht viel oh und viel ist nicht viel ah muss auch mal ein Ruhetag eingeführt werden bestimmt und die Kühe geht auch gut und die Kühe geht auch gut Es schaut nun eigentlich unter der Akkabläcke aus ach weiß ich gar nicht, äh ich habe noch nicht äh runtergeschaut Können wir dann später schauen ja ja Ja... Na ja, der Sepp ist ja viel wie der Kur. Hä? Da muss er extremes Alkoholproblem haben. Wolf? Da hast du eine Figur. Ah ja, die machen bei uns aber ja wieder die Jäger. Ach so. Na, man muss ja anpassen, dass er dir den Kuh vom Kurs reinschneit. Die hängt. Okay, ich kann lieber weiter. Ah, jetzt, jetzt. Ähm... Einfach in die Kommentare schreiben. Und... Wir können euch dann die Zugangsdaten zum Server sagen. Es ist jetzt nicht die Map, sondern eine andere Map. Aber einfach reinschreiben und... Über alles kann man dann eh reden. So. 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 Und wenn's vielleicht noch Wünsche habt, was man auf dem Server sonst, halt... besser gesagt, bei dem Projekt machen können... Ihr könnt uns auch gerne Bescheid sagen, was ihr gerne sehen wollt, mehr Post oder sonst was. Schreibt es einfach gerne rein, mir schaden, dass wir es umsetzen können. Dann sehen wir weiter und uns hat sehr gefreut, dass die Videos bald gut ankommen. Am Früh willst du alles mit dir mehr Maschinen mahnen oder nur ein Teil? Nein, ich werde jetzt gleich bei mir das Mühwerk einspunnen. Direkt oben. Ja, das war voll. Nein, in der Mittag kann ich den See oben ausgemacht. Schauen wir, ob der Mühwerk überhaupt noch startet. Nicht. Nicht vergessen. A 3 abschließen. Halt. Zündung abschalten, meine. Ah, ist gegangen. Ich bin momentan leicht vergisslich. Dann haben wir noch ein Komm kopiert. Ja, genau. Ahem. Schau um, was gehört. Perfekt. Noch kurz, Leute, ich muss ein bisschen stiller machen. Ist zu laut. Das Mehlwachsen ist extrem laut. Ich hänge fest. Wieder. Ja, ja, ein bisschen wutschig. Wieder geschupfen. Na, leider nicht. Sonst darf ich es ja verstehen, wenn ich geschupfen habe. Ich habe kein Problem. Was? Ich habe ein Tanklauch. Tankenfall. Ich schaffe es nicht mehr, noch einen Liter aus Sprit rein. Ich habe schon das Mühwerk und woher bedenken. Ja, aber was tue ich denn? 3,4 Liter. Geht ihr zu schlafen? Nein, ich schaffe es nicht mehr. Nein, nein, Herr Wahnsinn. Ja, aber da kann ich auch nichts dafür. Ich hoffe, es ist dir schon besorgt, hm? Ja. Ja. Ist da noch ein Glint? Hm, ich wüsste nichts dafür. Oh, jetzt geht er wieder. Oh, jetzt geht er wieder. Ich bin halt leicht vergesslich, entschuldigung. Offen. Was? Weniger saufen. Sauf nicht. Ich trink nur genüsslich. Alkohol macht Birnenhol. Ich sag dazu nichts. Ja, weil es sich eh schon wieder vergessen wird. Ja, ganz sicher. Guckst du gleich in Schwadern gehen? Was? Guckst du gleich mit dem Schwadern fahren? Ja. Ich werde jetzt nur zu den anderen Flecken gleich um mich vom Meer. Bei der Kuchen? Ja. Wer gleich gemeint. Brauchst du mich da, oder? Nein. Ja. Jetzt war ich schon schnell kämen. Ja. So ist das ja. Wenn wir mal die Messer schleifen müssen. Ich schneide nicht mehr so gut. Ich schneide nicht mehr so gut. So. So. Das ist fertig gemeint. Jo. So. Das ist fertig gemeint. Jo. So. 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 Wird das richtig gut sind? hoor Ents哪he. Das? So. למ�!!!! ... Eine Ahnung! So war ich schnell eine Mully-Fahrtung machen. So ist... So war ein Mully-Stirn, ah da unten, da ist der Mischtreuer drauf, passt's. Mein Mully muss ja tanken, da schau ich auch. Nein, nicht, dass du wieder stehst. Nein, liegt da noch rein. Perfekt. Brauchst du dann mit dem Lindner? Ja, Schwadron. Ich brauche ihn ein bisschen, bis ich gemäht habe. Best. Ich richte da wenigstens den Lindner her. Ja. Ja, ich kann es dann durch anfangen. Ja. Kann ich mit dem Lindner fahren, oder? Ja, ja. Nichts hinwächst. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich versuche es nicht. Ich versuche es nicht zu sehen. Schau Ui-Dala. Ja. Dala. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut geht's Dass der Philipp hier einmal mit seinem Heiligtum fahren lässt Ich hoffe, dass wir noch eine Karotze sind Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Du hast aber ein Problem, Philipp Was? Du wie gerade, wie du da rein hast Ein Hütiger ich bin Ich muss ehrlich wissen welcher Was? Ich muss ehrlich wissen welcher Gratzerie gemacht hat oder? Wo noch kein Zeug drin Genau wenn er da drin ist Ich bin nicht unschuldig Wenn er rein ist Ich bin nicht unschuldig We municip организam görüşt Weinação Vorsteh Time Namaste Ich verstehe ihn jetzt gleich so hin, dass er mal die ersten Schwarten holen kann. Geht weiter. Ich habe keinen Gas. Ich muss schauen, dass das Gas eingekommt. Ich mache keinen Stress. Ich mache keinen Stress. Ich mache keinen Stress. Sicher? Nein. Du leidest Schwarten weg, dass ich dir alles wieder das Doppelte mitnehme. Du musst leidest Schwarten können. Ja, ich kann sie zu gut, ich gebe sie zu. Aha, deswegen magst du es mir. Ja, weil ich sie gut kann. Ich gebe sie zu, dass ich sie kann. Ich gebe sie zu. Ich gebe sie zu. Ich bin gleich voll. Die erste Fuhre halt einmal. Perfekt. Ich bin da. Ich habe einen Schlöpner gefertigt. Ich habe ein Schlöpner gefertigt. Ich habe eine große Schrecke gefertigt. Nannnah Ich lasse dir mal schwodern. So Leute, wenn es euch der Folge gefallen hat, lasst es gerne in den Kommentar da. Liked das Video auch gerne. Es würde uns sehr freuen, wenn man uns ein Abo da lasst. Und ja, in der nächsten Folge sehen wir ja, wenn wir das Feld fertig machen. Und ja, ich sage mal, Servus, bis zur nächsten Folge. Servus. 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 Servus.